Meine Seele, der war ja noch... Was? Äh... Hackt der? Ach, der hackt! Ach, der hackt! Ach Gott, der hackt! Äh... Okay. LOL! Bruder, der hat einfach so Superjob an, ne? Bruder, wenn er den wegklickt, ne, wär krank. Oh! Oh! Oh mein Gott! AHHHHH! Nein, stopp jetzt. Wir haben sonst keine gescheite... Weckle Rehobe! Pieper! Injured! 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 Kriegst grad durch'n Pieper, kannst du lernen... Hast du... hast du Dings von uns? Wenn der Doktor Jäger nicht gehealt hat, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Der hat hat 10 HP. Das könnt ihr gewinnen. Ihr habt noch 15, ne? Ich hätte noch 15. Jetzt muss ich runter. Ah, soll ich stoppen. Oh, der ist On-Spot. Beim Tisch, der da liegt. Der geht Metals, der ist hoch. Der geht Metals, der ist hoch. Der kommt gleich in der Hedge. Hedge-Arfer ist on-line. Und er abgibt jetzt. Irgendwann sind zwei, ne? Nice! Letzter defused! Der defused! Los! Das klaut sich nicht, glaube ich. Das haben wir jetzt. Jetzt haben wir's. Oh, zwei gegen fünf Klatsch. Läuft! Stark gespielter Minimi. Habt das einfach nur. Beruhigt euch mal! Lass ihn mal spielen, ey. Lass ihn mal spielen, ey. Lass ihn mal spielen, ey. Lass sie durch. Braucht mich. Ja, brauche mich. Die alle immer noch auf den Kill geiern, dann. Close. Oh, goddammit. Perfekt, die kommt durch. Ash, ich mach Flankwatch, ne? Oh, ich hab den nicht gedroht. Jetzt haben wir noch einmal gejammt. Alles gut. Gleich ohne Laundry. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Echo ist hinter, der Bombe top one. Oh lord. Ja, schöner Shot. Laundry's Pulse! Laundry Pulse! Auf ping! Jetzt schießt du das ganze Magazin an den Druck. Uff! Hier war die Jungs von Meiters ein bisschen. Oh, der Morten ist gerade in der Defender, aber auch gerade auf den Sack. Dead. Das ist ein Monty. Hinter Bull steht noch eine Sophia. Er hat jetzt deinen T-Mate geholt. Uuuuh! Bis alleine. Alle vom Bull. Alle kommen vom Bull. Thermite lit. Komm jetzt beide rein. Alles? Der Thermite? Nur noch Monty und Sophia. Sophia direkt hinter Monty. Komm jetzt auch rein. Planted hinter Monty. Planted hinter Monty. Planted hinter Monty. Planted hinter Monty. Oh oh. Ja, Noah, Rango ist raus. Oh. Hi. Du bist Free Speed. Du kannst das machen. Du bist Free Speed. Du kannst das machen. Oh. 7-7. Ja. Oh, das war ich ganz gut. Ja! 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 Oh, Miggi! Die Zonen rein? Warte, wie gesagt. Die kriegt alle. Mal wieder. Ja, die haben sie alle gesnackt. Aber wir haben die jetzt aber nicht so realisiert. Ist jeder raus? Eine Frost Trap. Das ist so ein kleines Ding. Außen mit euch. So war's gut. Ja, die wollen mich nicht daraus halten. Warte, jetzt hab ich noch Drohne. Warte kurz, ich bin in Drohne. Lobby sehe ich keinen. Doch, da ist ein Lobby. Ja, aber ich sehe nicht. Ja, ja schön. Nice. Er ist weg. Nein, oh nein. Die blicken trotzdem. Kam auf. Kitschen, 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 Kitschen. Habst du ja auch noch? Nice. Gut, Robert. Ist gut. Der Wind auch. Er ist glaube ich Inside. Inside jetzt. Ich opfer mich jetzt. Ich opfer mich. Ich hab 8 AP. Er liegt auf dem Boden. Er liegt auf dem Boden. Hinter dem Donut. Ja, nice. Hey, 4K! Let's go! Twitch, die sind von vorne gepusht. 10 AP. Hab sie. Das war Twitch. Ich glaub da ist noch was aus. Kommt noch einer. Ja, da ist noch was. Letzte auch. Letzte auch. Nice. Jo. Natürlich pusht er genau. Dann bin ich Renner. Schöne Runde Jungs. Nice. Inside AP. Fahr Cap Schlage durchgreifen. Im Rechnung. Wauw. GG, mein Name ist ein.